Vorschau Berlin Tag und Nacht Folge 2610, 2611, 2612, 2613 Folge 2610, Conor arbeitet als Essenslieferant, um sich das Geld für die Studiengebühren zu verdienen. Toni hat deswegen ein schlechtes Gewissen. Sie glaubt nicht, dass er die Situation im Griff hat. Die scheint sich zu bestätigen, als Conor gleich am ersten Tag in dem stressigen Jobopfer eines Taschendiebs wird. Nach anfänglichem Zögern lässt sich er sich auf ihr Angebot ein, Toni will neue Modelaufträge annehmen, um ihn finanziell zu unterstützen. Folge 2611, in der Werkstatt taucht ein grimmiger Biker auf. Misha, der sich an nichts erinnern kann, hatte ihm gegenüber gestern offenbar eine große Klappe. Tio versucht zu vermitteln, aber vergeblich, der Biker besteht darauf, dass sie die Sache wie Kerle regeln. Damit meint er keine Schlägerei, sondern einen Saufwettbewerb. Den kann Misha für sich entscheiden. Tio muss sich eingestehen, dass er Paula zwar vermisst, aber dennoch eine Menge Spaß hat. Folge 2612, Schmitty setzt seinen Job im La aufs Spiel, indem er beschließt, Lives Geburtstagsparty dorthin zu verlegen. Mike ist sauer, als er die Feiernden dort erwischt. Er belässt es aber dabei, sie zu verpflichten, die Bar wieder aufzuräumen. Schmittyko.bleiben in Partystimmung und kehren sogar noch in Lives Wohnung ein. Dort kommt es zum Eklat, als Schmitty genaueres über ein paar Erinnerungsstücke wissen möchte. Live wirft ihn und Kretze raus. Folge 2613, Mandy teilt André mit, dass sie nun endgültig mit Tioi zu ihrem Vater nach Brandenburg gezogen ist. André macht daraufhin Olaf für den Umzug verantwortlich. Zwischen den beiden kommt es beinahe zur Galerei. Cosmo redet André ins Gewissen, woraufhin wieder Frieden einkehrt. André erkennt, dass Tioi nicht aus der Welt ist und der Junge es auf dem Land besser hat. Außerdem ist Ole derjenige, der unterm Strich am meisten unter Mendelsweckern leidet.